Was können Sie tun? Wie können Sie verhandeln, damit Ihr Gehalt durch die Decke schießt? Ich verrate Ihnen meine besten Tipps aus über 20 Jahren als Gehaltscoach. Hier erfahren Sie alles, was Sie für einen Gehaltssprung wissen müssen. Sie erfahren die besten Argumente, um ihn durchzusetzen, den besten Zeitpunkt für die Verhandlung und natürlich auch, wie viel Geld für Sie wirklich drin ist. Mein Name ist Martin Wehle. Der Fokus bezeichnet mich als Deutschlands bekanntesten Karrierecoach und mit meinem Videokurs Gehaltsverhandlung mit Erfolgsguarantie, da habe ich Tausende von Menschen schon zu ihren Gehaltserhöhungen gelotst. Und jetzt werde ich Ihnen der Reihe nach die drei wichtigsten Fragen beantworten. Erstens, welche Argumente bringen Ihnen wirklich einen Gehaltssprung? Zweitens, mit welchen Worten und zu welchem Zeitpunkt sollten Sie danach fragen? Und drittens, was können Sie tun, wenn die Führungskraft Nein sagt? Ist dann alles gelaufen? Nein, Sie werden gleich sehen, dass es einen wunderbaren Trick gibt, um das Blatt doch noch zu wenden. Aber der Reihe nach beginnen wir mal mit den Argumenten. Ich nenne Ihnen erst die allerbesten Argumente und sage Ihnen dann, was Sie unbedingt vermeiden sollten. Also, das erste Top-Argument besteht darin, dass Sie den Umfang Ihrer Leistung ausgebaut haben. Das ist ein interessantes Bild, wenn Sie sich eine Waage vorstellen. Auf der einen Seite liegt Ihre Leistung und auf der anderen Seite liegt das Gehalt, das Sie bekommen. Und solange Ihre Leistung gleich bleibt, ist das Gehalt angemessen. Wenn Sie aber Leistungen nachlegen, wenn Sie Ihre Leistung ausbauen, wenn Sie einen größeren Umfang an Arbeit verantworten, ein größeres Auftragsvolumen verantworten, dann ist es so, dass diese Waage in ein Ungleichgewicht gerät. Das heißt, Sie haben nachgelegt auf Ihrer Seite und jetzt ist die Firma dran und die Firma muss Ihnen als Ausgleich Ihre Gehaltserhöhung geben. Achten Sie darauf, dass Sie in der Verhandlung nicht Gehaltserhöhung sagen. Sprechen Sie viel besser von einer Gehaltsanpassung und stellen Sie es auch im Argument so dar, dass Sie in Vorleistung gegangen sind, dass die Firma jetzt in den letzten Monaten oder Jahren günstig mit Ihrer Arbeitskraft gefahren ist und dass Sie jetzt die fällige Anpassung, betonen Sie Anpassung, Ihres Gehaltes durchsetzen wollen. Ein Flop-Argument wäre es dagegen, drei Jahre lang ohne Gehaltserhöhung, jetzt bin ich mal wieder dran. Das ist ein Flop, weil die Tatsache, dass Sie ein paar Jahre keine Gehaltserhöhung bekommen haben, nicht bedeuten muss, dass Sie jetzt an der Reihe sind. Das hängt allein von Ihrer Leistung ab. Wenn Ihre Leistung noch so ist wie vor drei Jahren, dann haben Sie jetzt auch keinen Anspruch, eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Da bin ich beim zweiten Top-Argument, das Sie voranbringt und zwar, Sie haben der Firma zusätzliches Geld gebracht. Vielleicht hatten Sie eine Idee für ein Produkt, vielleicht haben Sie einen neuen Markt angesteuert, vielleicht haben Sie neue Kunden an Land gezogen. Wie auch immer, durch Ihre Arbeit, durch Ihre Kreativität, durch Ihren Einsatz ist zusätzliches Geld in die Kasse gekommen. Und das ist ja immer so, wenn das Fell des Bären verteilt wird, derjenige, der den Bär erlegt hat, der hat auch einen Anspruch auf einen Teil dieses Fells. Also zeigen Sie auf, was Ihre Arbeit der Firma ganz konkret gebracht hat, inwiefern der Umsatz, inwiefern der Gewinn gestiegen ist, was Ihr Anteil daran war. Und dann machen Sie deutlich, dass Sie davon einen fairen Anteil in Form einer Gehaltserhöhung für sich haben wollen. Das ist eine Argumentation, die Unternehmen sofort verstehen, denn sie denken in kapitalistischen Dimensionen, sie denken sehr in Zahlen und wenn Sie ein solches Argument vorbringen, dann rennen Sie offene Türen ein. Ein Flop-Argument wäre es jedoch, wenn Sie sagen würden, ja, die Inflation, die frisst im Moment mein Gehalt auf und damit das ausgeglichen wird, brauche ich jetzt eine Gehaltserhöhung. Warum ist das schlecht? Das ist schlecht, weil die Inflation ja nicht nur Sie betrifft, sondern die Inflation betrifft auch die Firma. Das bedeutet, wenn Ihre Leistung nach wie vor gleich ist, wenn Sie der Firma nichts Besonderes gebracht haben, dann ist es ein schlechtes Argument. Und dann wird die Firma das in aller Regel zurückweisen. Argumentieren Sie lieber damit, was Sie der Firma zusätzlich an Gehalt, an Einnahmen gebracht haben und dann können Sie es wieder in Form Ihres Gehaltes rausholen. An dieser Stelle einen wichtigen Hinweis für Sie. Ich habe einen Videokurs gemacht, der heißt Gehaltsverhandlung mit Erfolgsgarantie. Da habe ich meine über 20-jährige Erfahrung als Gehaltscoach reingepackt. Da finden Sie alle Tricks für Ihre Gehaltserhöhung, wie Sie strategisch die Verhandlung vorbereiten, welche Argumente Sie anbringen können, wie Sie auf welchen Widerspruch reagieren und wie Sie dann eine erstaunlich große Summe durchsetzen. Diesen Kurs haben schon viele tausend Menschen gemacht und die sind sehr, sehr zufrieden damit, dass Sie für eine kleine Investition auf Dauer sehr viel mehr Geld in der Tasche haben. Also wenn Sie das interessiert, der Kurs ist unter diesem Video verlinkt und wir blenden ihn am Ende des Videos nochmal ein. Da ist wirklich alles drin, denn persönliche Gehaltscoachings, die kann ich aufgrund meiner hohen Auslastung leider nicht mehr anbieten. Und da bin ich beim dritten Top-Argument und zwar, Sie haben Geld für die Firma gespart. Nicht jeder, der in einer Firma arbeitet, kann den Umsatz erhöhen. Nicht jeder hat überhaupt mit Kunden zu tun, ist an der Front des Geschäftes tätig. Viele Menschen arbeiten im Hintergrund, sind Sachbearbeiter, sind in der Fabrik tätig und was können solche Menschen tun, um zusätzliches Geld für ihre Firma zu bringen? Sie können der Firma Geld sparen. Fragen Sie sich, wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz tätig sind, was würde ich, wenn es mein Geld wäre, wenn es meine Firma wäre, was würde ich mir sparen? Vielleicht sehen Sie, dass in Ihrer Firma zweimal am Tag geputzt wird, aber einmal würde vollkommen reichen. Geben Sie Ihrer Führungskraft einen Wink und schon ist wieder sehr viel Geld gespart. Vielleicht sehen Sie, dass bei einem Lieferanten teuer eingekauft wird. Sie wissen aber, woanders könnten wir das billiger bekommen. Geben Sie Ihrer Führungskraft einen Wink und schon ist wieder Geld gespart. Das heißt, denken Sie unternehmerisch. Fragen Sie sich immer, an welcher Stelle sich Geld sparen ließe und schreiben Sie das bitte auf. Machen Sie sich da Notizen. Ich komme da später nochmal darauf zurück, warum das so wichtig ist. Also schreiben Sie sich auf, was Sie der Firma gespart haben. Denn das sind die Argumente, die Ihnen in der Gehaltsverhandlung den richtig großen Sprung ermöglichen werden. Und damit bin ich beim vierten Top-Argument und zwar die Firma, die profitiert von Ihrer erweiterten Qualifikation. Also wenn Sie Ihre Qualifikation im Sinne der Firma ausbauen, wenn Sie zum Beispiel eine Computerqualifikation erwerben, die gerade in Ihrer Branche, in Ihrer Firma gefragt ist und Sie tun das aus eigener Initiative, kann der Daumen nur nach oben zeigen. Wenn Sie in Ihrem Job viel betriebswirtschaftliche Aufgaben auf den Tisch kriegen und Sie bilden sich fort in dieser Hinsicht, Sie machen zum Beispiel den Bilanzbuchhalter, Sie tun etwas in eigener Initiative, was aber auch der Firma einen konkreten Nutzen bringt, dann sind das wunderbare Argumente, um in der Gehaltsverhandlung ein richtig hohes, richtig hohes Gehalt durchzusetzen. Also sorgen Sie im Laufe des Jahres dafür, dass Sie solche Argumente sammeln. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Qualifikation immer weiter ausbauen. Das hilft Ihnen nämlich nicht nur bei dem jetzigen Arbeitgeber, sondern das ist auch Gold wert, wenn Sie sich mal woanders bewerben. Und woher wissen Sie eigentlich, welche Qualifikation die richtige ist? Ganz einfach, schauen Sie mal, welche Qualifikation die Menschen haben, die eine Hierarchiestufe über Ihnen sind. Wenn Sie sehen, die haben bestimmte Seminare besucht. Wenn Sie sehen, die haben bestimmte akademische Hintergründe. Und Sie können das auch erwerben, machen Sie das unbedingt, denn das ist ein Türöffner für den nächsten Karriereschritt. Und wie gesagt, auch ein sehr gutes Argument, wenn Sie die Gehaltsverhandlung mit Ihrer Führungskraft führen. Da bin ich beim fünften Top-Argument und zwar, Sie haben eine Spitzenleistung erbracht. Sie haben vielleicht ein ganz wichtiges, großes Projekt pünktlich abgeschlossen. Obwohl es alles, alles sehr knapp war von der Zeitvorgabe, haben Sie es geschafft, die Sache in trockene Tücher zu bringen. Oder Sie haben für die Firma einen richtig großen Auftrag an Land gezogen. Gerade jetzt ist das passiert. Ganz toll. Oder Sie waren der Krisenmanager. Sie wurden gerufen, um eine kritische Situation zu bereinigen. Und Sie haben das wirklich geschafft. Und wenn Sie sowas gerade jetzt vollbracht haben, eine Spitzenleistung, dann sollten Sie auch gerade jetzt auf Ihre Führungskraft zugehen und dieses Argument verwenden. Wenn Sie zeigen, welche Nutzen Sie der Firma gebracht haben. Wenn Sie zeigen, dass Ihre Leistung weit über dem Durchschnitt lag, dann liegt eines auf der Hand. Nämlich, dass Ihr Gehalt natürlich auch deutlich über dem Durchschnitt liegen muss. Damit bin ich beim zweiten Punkt, über den ich sprechen wollte. Und zwar, welches ist der richtige Zeitpunkt für Ihre Gehaltserhöhung, für Ihr Gehaltsgespräch? In großen Unternehmen, da gibt es ja regelmäßige Rhythmen. Das heißt, Sie haben immer wieder Mitarbeitergespräche und in diesem Rahmen wird auch über das Gehalt gesprochen. Das kann man machen. Günstiger ist es jedoch, gerade in kleinen und mittleren Betrieben, wenn Sie einen eigenen Termin ansetzen. Sagen Sie also nicht, ich möchte über eine Gehaltserhöhung sprechen, sondern sprechen Sie besser darüber, dass Sie die Perspektiven, Ihre Perspektiven in der Firma bereden wollen. In Perspektive, da ist alles drin. Da sind die nächsten Karriereschritte drin. Da sind aber auch die nächsten Gehaltsschritte drin. Perspektive ist die bessere Ankündigung. Denn dann macht Ihre Führungskraft nicht sofort zu, wie bei Gehaltsgespräch, sondern Sie geht relativ offen in dieses Gespräch rein. Ein günstiger Zeitpunkt ist eben nicht dann, wenn alle nach mehr Gehalt fragen, und zwar gegen Ende des Jahres, dann rennen die Leute reihenweise auf die Chefbüros zu, klopfen an, wollen mehr Gehalt und die Chefs, die halten mit beiden Händen die Kasse zu. Darum empfehle ich Ihnen hier ein antizyklisches Handeln. Also fragen Sie jetzt, zur jetzigen Jahreszeit, fragen Sie im Frühjahr, Fragen Sie im Sommer nach mehr Gehalt und bringen Sie sehr gute Argumente vor und achten Sie auch darauf, zu welcher Zeit Ihr Chef oder Ihre Chefin erfahrungsgemäß gute Naune hat. Es gibt Chefs, die sind am Montag immer total überfordert, landunter, bloß keine Gehaltsverhandlung ansetzen. Aber vielleicht wissen Sie, am Mittwochnachmittag oder am Freitagmorgen, an irgendeinem bestimmten Zeitpunkt der Woche, ist Ihre Führungskraft erfahrungsgemäß besonders entspannt, besonders guter Naune. Nutzen Sie das, denn diese Kleinigkeit, die kann am Ende des Tages entscheidend sein. Und bevor ich auf die Höhe der Forderung eingehe, was Sie eigentlich fordern können, möchte ich Ihnen noch einen ganz wichtigen Hinweis geben, nämlich, wie bringen Sie Ihre Argumente denn am besten in die Verhandlung ein? Behalten Sie das alles im Kopf? Nein, ich empfehle Ihnen dringend, legen Sie eine Leistungsmappe an. Schreiben Sie Ihre besten Argumente, was Sie der Firma geliefert haben, was Sie für die Firma getan haben, wie Sie Ihre Leistung ausgebaut haben, wie Sie Geld gespart haben und so weiter. Schreiben Sie Ihre besten Argumente auf, auf ein bis zwei A4-Seiten. Und dieses Dokument, die Leistungsmappe, bringen Sie mit in die Verhandlung. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen vergessen Sie die guten Argumente auch im Stress nicht, denn Sie haben diese Argumente vor sich. Sie können sie mit Ihrem Vorgesetzten durchgehen. Zum anderen merkt Ihr Vorgesetzter, dass Sie sich gut vorbereitet haben, wie ernst Ihnen die Sache ist. Und der dritte Vorteil besteht darin, wenn Ihr Vorgesetzter wiederum mit einem gehobenen Vorgesetzten sprechen muss, dann kann er dieses Dokument mitnehmen und dann kann er begründen, warum gerade Sie auch in einer schwierigen Zeit eine Gehaltserhöhung verdient haben. Also diese Leistungsmappe, die ist ein echter, wichtiger Schlüssel. Und jetzt gehe ich auf die Höhe Ihrer Forderung ein. Der größte Fehler, den ich als Gehaltscoach immer wieder bei Menschen sehe, ist der, die fordern genau das, was sie wirklich haben wollen. Also jemand will beispielsweise 500 Euro mehr pro Monat haben und dann fordert er genau 500 Euro. Was bekommt er? Er bekommt hundertprozentig wenige. Denn Verhandlungen, die funktionieren nicht logisch, sondern die funktionieren psychologisch. Und die meisten Führungskräfte, die betrachten es als ihre Aufgabe, dass sie Mitarbeiter immer runter, runter, runter handeln müssen. Also wer 500 fordert, der hat am Ende vielleicht noch 300. Und dann ist er innerlich natürlich wahnsinnig unzufrieden, weil er hinter seinen Zielen zurückbleibt. Darum, bauen Sie immer, bauen Sie immer einen Verhandlungsspielraum ein. Das bedeutet, wenn Sie 500 wollten, müssten Sie 645 fordern. Ich sage gleich was zur unrunden Summe. Und wenn Sie, um etwas kleiner zu denken, wenn Sie jetzt denken, ich möchte 200 haben, dann sollten Sie zum Beispiel 275 fordern. Warum unrunde Summen? Warum nicht 300 fordern, sondern 275? Da gibt es Studien dazu, dass solche Forderungen eher erfüllt werden, weil Ihr Verhandlungspartner, der fragt sich, wie kommt er oder sie jetzt auf diese Summe? Und dann entsteht der Eindruck, dass Sie das sehr scharf mit spitzer Feder kalkuliert haben. Und Sie bekommen das viel eher erfüllt, als wenn die Summe rund ist. Denn runde Summen, die laden zum Abrunden ein. Auf diese Weise können Sie Gehaltssprünge in bestehenden Firmen hinlegen von bis zu 25%. Wobei der übliche Gehaltssprung, der liegt zwischen 10 und 15%. 25% bei außerordentlicher Leistung, bei einer Beförderung eventuell. Also immer dann, wenn Sie richtig was vorzuweisen haben. Wie sieht es aus bei Bewerbern? Wie können Sie als Bewerber Ihr Gehalt nach oben pokern? Ganz einfach. Achten Sie darauf, dass Sie bei jedem Wechsel, bei jedem Wechsel mindestens 10 bis 20% der Erhöhung mitnehmen. Denn Sie gehen ein Risiko ein. Sie gehen in eine neue Probezeit rein. Und wer aus einer Festanstellung kommt, der muss sich das auch bezahlen lassen mit 10 bis 20%. Stellen Sie auch bei diesen Verhandlungen den Vorteil der Firma in den Mittelpunkt. Sagen Sie, was Sie Ihren bisherigen Arbeitgebern gebracht haben. Und machen Sie deutlich, dass Sie diese Leistung auch am neuen Arbeitsplatz erbringen werden. Und beziehen Sie sich so oft wie möglich auf die Stellenausschreibung. Und jetzt noch ein kleiner Tipp am Ende. Ich habe es Ihnen versprochen. Was machen Sie, wenn Ihre Führungskraft sagt, nein, im Moment ist eine Gehaltserhöhung wirklich nicht drin? Dann sollten Sie eines erkennen. Dieses Nein zu einer Gehaltsforderung, das ist bei Vorgesetzten ein rhetorisches Betriebsgeräusch. Das bedeutet nicht wirklich nein. Das bedeutet nicht wirklich, dass nichts drin ist. Sondern das bedeutet insgeheim etwas anderes. Nämlich, erkläre mir genau, warum du diese Forderung haben möchtest und ob du wirklich überzeugt bist, dass du sie verdient hast. Das heißt, werten Sie das Nein als Einladung, dass Sie Ihre Forderung wiederholen, dass Sie Ihre Forderung begründen, dass Sie Ihre Forderung hartnäckig vertreten. Und je hartnäckiger Sie sind, je mehr Ihr Gegenüber spürt, Sie meinen es wirklich ernst, desto größer ist die Chance, dass Sie Ihre Forderung tatsächlich durchsetzen. Und wenn Sie Ihre Forderung durchsetzen wollen, und zwar in einer höheren Höhe als die meisten, dann empfehle ich Ihnen noch einmal meinen Videokurs Gehaltsverhandlung mit Erfolgsgarantie. Da ist alles drin, was Sie für die perfekte Gehaltsverhandlung brauchen. Das wird Ihnen sehr, sehr viel Geld bringen. Und ich gebe Ihnen noch dazu eine Garantie von 30 Tagen. Sie können es 30 Tage lang unverbindlich testen. Wenn Sie nicht erfolgreich sind in Ihrer Gehaltserhöhung, schreiben Sie eine Mail und Sie bekommen Ihr Geld sofort zurück. Es kann für Sie also nur gut ausgehen. Sie können damit nur gewinnen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie einen Riesengehaltssprung hinlegen. Und diesen Kurs, den können Sie jetzt, wenn Sie hier klicken, wenn Sie hier klicken, können Sie diesen Kurs sofort buchen. Und Sie können sofort einen Riesenschritt in Richtung Ihrer nächsten Gehaltserhöhung machen. Ich freue mich, wenn Sie wieder bei diesem Kanal vorbeikommen. Ihr Martin Wehrle Werde.